Herzlich Willkommen zu GTA, come on! Ne, 3, 2, 1. Und damit herzlich willkommen zurück zu GTA Online Verwandlungsrennen auf Deutsch mit Dadokat, Maru, Flocke, Juli, Kapuze, Kundran, Maxi, Nils, Daxe, Potter und Items. What's it? Gerade wieder zurückgekommen, sehr gut. Ich wurde schon raus aufs Aufnahme, weil ich dachte ich wäre falsch, aber dann hast du ja nur auf Deutsch gesagt, danke. Wir müssen dem Alex nochmal Einleitungen beibringen, das war ganz miserabel. Kapuze! Oh, jetzt geht's ab, ey! Oh, jetzt geht's ab, ey! Was passiert hier jetzt? Oh, oh! Es wird Tote geben! Holy fuck, das sieht ja krass aus! Oh, shit! Das wird auf YouTube so scheiße aus, dann! Alter, Alter, ich bin zu schnell! Der Boden ist Lama! Oh nein! Ich bin doch selber in der Hand bei dir hängen geblieben! Oh Gott! Lass da fuck hier! Ey! Alter, warum bin ich so schnell? Was ist denn los? Windschatten! Er brennt! Au! Ich hab' mir Kopf gespürt! Ich hab' keinen Hälber! Ich steh' nicht! Oh nein! Ich hab' die Kunstfigur nicht gestanden! Die Kunstfigur? Fuck! Ja! Items! Kannst du nicht einfach gerade fliegen! Ist das so schwer? Nein! Oh, falsch rum! Oh, Absturz! Aufschieben! Oh nein! Ich flieg' den Kunranz drum! Nein! Boah! Holy Shit! Alex! Drück ihn unter die Pipe! Jetzt kommt die Bude! Grunas, ehrlich, ich will nicht vergessen! Nein! Die Bude kommt nicht für mich! Ich glaub' das du's nicht vergisst, wie du mich da gefinished hast, ey! Du hast mich nicht eingelassen, ne? Du hast mich gekillt! Ja, ja! Das war's! Oh, wieder das doofen Jetski! Ich seh' nicht, wo's lang ist hier in der Tonne! Nein! Nein! Es ist einfach zu dunkel! Da musst du das Licht anmachen! Oh, nee! Oh, nee! Aber das Ding überhaupt nicht nähe, ne? Ich schätze! Binder hier! Binder! 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 Wo ist das doofe Jetbike? Binder! Nicht da! Das müssen wir eigentlich mal weglassen, diese Wasserstrecken hier! Die sind voll nervig! Ja, das ist voll... Oh, McFly! Deine gute Laune heute ist anstrengend! Was? Für Laune? Warte, aber jetzt gehört das was demnächst immer was anderes zu tun! Warte, wieso bin ich so langsam? Das ist für unfair! Bist du dick! Hey, hey, hey! Ja! Nicht drängeln! Maxi, ziehst du zurück oder vor? Ich weiß nicht, aber... Irgendwie gibt dir deinen Gast, oder? Im Flight ziehst du zurück, oder? Oh Gott! Oh Gott! Jetzt haben wir's verstanden! Das ist wild! Was beim Erses gewinnen! Was beim Erses gewinnen! Was beim Erses gewinnen! Ja, genau! Na ja, kann man schon mal fragen, wie das so ist, ne? Wie sind die andere das so machen? Alter, diese Tunnel sind komisch! Voll weird, ey! Alter, das macht mich zu nicht fällig! Maxi, aufpassen! Hallo Kapuze! Okay! Sehr aggressiv! Ich bin neben ein! Das ist nicht! Das Todesdreieck kommt wieder! Sieht ultra gut aus! Die wir alle Angst haben! Oh Gott! Aufm Kopf! Nee, ich fahr gerade aus! Ich brems lieber! Warte mal, wie waren wir jetzt hier richtig rum? Bitte! Was machst du so weit hinten? Da du! Der Alex hat mich rausgehauen! Oh, okay! Oh, oh! Oh, oh! Man darf nicht vergessen, wo jetzt unten und oben war! Das war ja ganz einfach! Ganz zumal du jetzt hier gerade die Berge siehst! Ich drehe mich gerade durch! Ich seh es! In der Hoffnung, was zu kriegen! Okay, alles gut! Warte, hau ab! Welcher Platz bist du? Wer ist Alex? Alex! 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 Oh Gott! Oh Gott! Ich hab's geschafft! Ich hab's geschafft! Ich hab's geschafft! Items! Items ist nicht fällig! Alte! Items wieder! Der zwei Leute! Oh nein! Alex! Wir haben keinen Punkt nicht gekriegt! Da wollte ich Alex nehmen! Es war knapp! Ich bin ne Katze! Ich bin ne Katze! Hast du sieben Leben? Eigentlich? Ja, mehr! Neun! Neun! Wer schon Morddrohungen bekommen hat, muss eindeutig mehr haben! Da kommt rein! Oh, das ist ein kurzes Flugzeugrennen! Hauptsache dafür muss man ein Flugzeug fahren! Aber wenn man mal hinten ist, ist es schwer aufzuholen! Ja, außer... Holyfuck! Oh nein! Oh nein! Ich bin gestorben! Ich bin einfach abgehoben! Ich hab' dich nachher zurückgezogen! Ich hab' dich nachher zurückgezogen! Ich hab' dich nachher zurückgezogen! Alter, bin ich schnell! Ich krieg' die Drones noch! Du warst zum falschen Zeitpunkt an der ersten... Ist dann auch am Ende... Ich bin so schnell! Ich hab' dich nachher zurückgezogen! Ich hab' dich nachher zurückgezogen! Hast du mich noch? Ich weiß! Ich hoffe nicht! Das hätt' ich dir nicht! Ach, Alter! Juli! Du bist fast da! Boah! Juli, das schaffst du! Doch, 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 doch! Nein! Das schaffst du nicht! Das klappt nicht! Nee, das schaffst du nicht! Nein, so nicht! Sie ist nicht so! Sie ist so! Ach, Juli! Laufst du noch? Und? Oh! Kapuze! Ich glaub' ich hab' dich! Wie viel da bist du? Oh, nee, dann nicht! Ich dachte, wir waren 7. Und 8. Eigentlich müsstest du ihn... Das ist einfach so aus! Wie knapp! Wie knapp das war! Nee, er hat sich noch davor gedrängelt! Tada! Du hast sich noch davor gedrängelt! Ich hätt' mich gelacht! Ich hätt' mich gelacht! Ich hätt' mich gelacht! Ich hätt' richtig Speed gehabt! Wie knapp! Wie knapp! Das war knapp! An den Zeiten, ne! Holy Shit! 3. 9000! Krass! Ich glaub' ich würd' da gerne die Replay-Funktion nutzen! Ich glaub' das wurde falsch bemest! Ja, 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 ja! Wieso? Der Typ, der meine Stoppuhr... Der meine Stoppuhr... Der meine Stoppuhr gedrückt hat, hat zu langsam gedrückt! Er hat so eine gedauung gemacht! Flügge! Ja, ich war afkar-chill! Ich konnte grad nämlich nicht so schnell aufs Klo gehen, weil ihr ja natürlich direkt weitergemacht habt! Und das geht ja nicht, wenn man das Auto auswählt! Was ist denn? Hab' ich! Bitte nicht so ne aggressive Grundhaltung zu null, ja? Das ist Whatsapp geschrieben! Hast du die vom Lehrer abgekriegt? Oh, ey! Aber wir müssen ja auch eh mal ne Stunde auf Alex warten, ey! Ja, der Skill lädt runter! Boah, die Skill lädt! Ja, du hast nämlich keinen, deswegen musst du den runterladen! Wir nehmen den 770! Der erste Auto wieder, okay! 711, alles klar! Was wir wieder nur zwei Meter fahren, weil wir sonst immer nur fliegen müssen! Jetzt kommt Sturz, Ju! Also ich find das Fliegen toll! Ich find das auch nice! Ich find das auch lustig, aber ohne Katze! Nenn mich doch Shimigami... Ich will jetzt ab sofort die Shimigami-Rolle hier in GTA! Eine Shimigami-Rolle? Ja, wenn ich einfach alle umbringe die ganze Zeit... Ich will die Shimigami-Rolle nennen! Kamikaze! Du kannst es! Die Sushi-Rolle, ey! Okay, das ist... Sei Kameradis! Sei Kameradis! Oh, der Dicke! Oh, der Dicke! Gefällt mir besser! Ich bin ab sofort Kamikaze! Der passt auf! Den gibt's schon! Der moderiert Overwatch! Ja, ehrlich jetzt! Kamikaze ist Overwatch! Ja, dann tut mir leid! Da waren da auf die Team mit, oder? Ja! Den Namen hast du nie ausgedacht! Ich sag jeden Namen nur einmal! Der hat damals auch den Japanern verkauft! Ich bin nicht mehr sicher! Da war Items wieder! Oh nein, ich hab dich gerecht! Ja, ich wurde leider auch von hinten angestoßen! Der Kuhn, der hat wieder was geschehen! Alter, wie langsam! Du stellst halt echt auf meiner Liste an! Ich krieg ja hin auch! Wow! Mach dich so flattig! Hey, nicht Flocke! Wir haben jetzt hier! Jetzt wollen wir hier! Lass Flocke fahren! Das passiert was? Wir haben ja nur, dass du hier vorne mitfahren kannst! Alex zum Beispiel nicht! Ja bin ich! Ja spätestens! Und das war's! Oho! Rittflocke! Noch gerettet! Alle anderen sind raus! Ich hab's doch leider! Ich hab's doch leider! Ich hab's doch leider! Mauer hat das doch geschafft, ne? Achso! Du bist hinten! Wer ist der Rote vor mir? Da! Der Hinter bin ich jetzt! Natürlich bin ich hier! Oh! Oh! Nein! Komm schon! Ich möchte nur sagen, dass Kapuze mich gerammt hat! Alles gut, ich hab den! Sorry! Weiter geht's, Trudy! Gut gefangen! Kapuze! Platz! Alter, Kapuze, du schmierst so auf meiner Liste jetzt! Du hast mich mit 300 Sachen angeschoben! Warum müssen wir hier so langsam? Weil wir im Wasser fahren! Aquaplaning! 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 Alex! Oh! Du nicht! Wollte nur ganz schnell durch da, weil ich sehe was grünes hinter mir! Okay, aber die Röhren, die trifft der so Kapuze! Nee, du triffst nicht nicht! Die Röhren meine ich! Da kommst sogar du durch! Du darfst nicht so viel steuern! Alex! Alter, Blocke! Oh, einer macht das Stunz! Ja, ich! Ja, ich! Ich glaube aber Olaf sich! Ach, scheiße, ich war im Kopf! Ja, okay! Das Stunz macht Sinn! Alter, wie hoch die sind, guck mal! Oh ja! Über den Wolken! Gleich kommt noch der Fallschirmsprung, das wird episch! Gleich aussteigende Fallschirm, Punktlandung am Ende! Wir kommen gleich in dieses Fallschirm-Auto rein! Ach ja! Das wär nice! Das wär wirklich... So ein Gleitschirm und kein Fallschirm! Könnte sein, dass es... Alex! Nee, da hinten ist ne Rampe! Das Rocket-Auto gab's ja auch! Und das Aqua-Auto! Also, alle... Alex! Gibt's auch... Oh, da geht's ins Auto! Bitte nicht! Holy fuck! Das wird richtig schnell jetzt! Oh, das ist aber geil! Oh! Slick, slick, slick! Damn, boy! Ich hör nix! Ja, wenn drei Leute sich gleichzeitig verwandeln, setzt der Sound kurz aus! Oh, ne Boat! Oh, ne Boat! Oh, ne Boat! Oh! Super Speed Boat! Ey! Das ist das Gute! Oh Gott! Guck mal! Nicht sichtbar werden! Also, nil! Ja, nil! Oh, come on! Wir sind ja doof! Da hinten! Mann! 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 Oh, da war so ein Ding! Hier mo trzeens auf keinen Gust. Hinn! cks! War gleich... Mann! Okay! Reifen! Nei! Meckfly! Oh, München! ih! Ich wollte doch geschubst! Voll rausgehe! Mimimimi! Mimimi! 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 R continent veinf presumpt! Röhre. Wie groß die Röhre in der Relation ist. Du kannst sogar unten die Maps sehen, sogar. So eine lange Gerade. Hast du den Punkt bekommen, Alex? Ja. Okay, krass. Alter, jetzt will ich langsam die Achterstiebe, wenn mich so eine Achterbahn hochzieht, ist das. Gleich muss der dicke Drop kommen. Das ist nicht langsam, die Röhre ist so groß, dass es so langsam aussieht. Wer steigt denn da wie ein Trottel? Alex. Alex, ey. Vor allem, wie der Typ da vorne drin sitzt. Ja, ganz aufgeregt. Wer hat dich überholt, der hat dich überholt, der pure Skill. Der King hat dich überholt, du Sucker. Du bist lange. Du bist auf meiner Liste. Er hat sogar gebremst, damit ich vorbeifahre. Die Pfeife. Oh, oh, hier ist keine Items hat die vom Motorrad gehauen. Aber wie? Aber wie? Aber wie? Da hab ich nicht gerammt, oder? Egal wie, aber du hast es gut gemacht, Alter. Ich hab mich einfach nur gerührt, that shit. Ja, kaputt. Ich hab auch nichts. Alter, was ist das für ein Riesen. Ja, aber das ist komisch, dass du es gerade bewegt. Ey, wie kommt man damit nicht? Nein, das ist nicht komisch. Jeder schreit einfach. Einfach R2 gedrückt halten. Und nicht nach vorne drücken manchmal, damit du hoch gehst. Im Zweifel sogar ein bisschen zurückziehen, den Stick. Das musst du eigentlich nicht machen. Items. Wir fliegen hier ganz locker. Ganz locker. Items, ganz locker. Wieso Items? Das sag ich ja, das ist Items. Das siehst du? Das ist Items heute. Du hättest mich in die Röhre lassen können. Gut gemacht, Items. Ich glaub, da vorne ist das Ziel. Toll, Items. Da vorne ist das Ziel. Das gewinnt Alex wieder. Nein, 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 nein. Dalu hat mich mit der Abzug gemacht. Nein, ich muss in die Röhre. Ich muss ein Stück hoch. Aber du hast keinen Platz gelassen. Ich flieg über den Checkpoint. Ich flieg über den Checkpoint. Kunda hat gewonnen. Ich flieg über den Checkpoint. Der zählt nicht. Kapuze. Da liegt der Jones noch. Oh, das war ja schön. Das ist best am ganzen Rennen. Darf das jetzt an Maru oder bist du? Bisschen lang, Alter. Gell? Der liegt auch. Er liegt auch. Oh, du liegt. Hier ist mal runtergesprungen. Ja. Oh, du liegt auch. Oh, du liegt auch. Oh, du liegt auch. Geht noch. Loin unter. Loin. Loin. Sturzflug 3 Sturzflug 3 So was warten da Flocke? War irgendwas Spezielles auf der Map? Nein, ich fand die eigentlich recht angenehm zu fahren und zu fliegen, weil das nicht so schwer war, weißt du, für den Anfang jetzt Ja, da waren keine krassen Kurven dabei Ja, genau, das ist die beste Map, um das zu testen So, wären wir dran, der Schmarrer muss der kaputzen Wir haben noch einen, also wenn es euch gefallen hat, hier mit dem geilen GTA-Rennen, wir sehen uns bis nächstes Mal wieder, hoffentlich jetzt nicht gefallen, bla bla bla, war das gleiche wie immer Tschüss